Wollt ihr euch noch weiter ausrüsten oder soll ich schon einen Briefknein? Nee, kann man schon machen. Äh, ich schau grad mal, ich glaub ich... Ja, nee, nee, ich glaub ich bin voll. Reaktion habe ich dann 13 Magazine, ja das passt. Briefe uns, Herr und Meister. Dann guckt mal auf die Karte, wir sind in der nördlichen Luftbasis, Rassmann, Hauptquartier. Reaktion vom Penis? Ist ja immer noch der Penis da. Jaaaa. Ich seh den nicht. Ich schau, ich lösche ihn grad. Muss jetzt nicht sein, den da. So, wir sind auf jeden Fall die Gruppe Juri12. Und, ähm... Ihr könnt das zumindest alles nachlesen, das ist alles hier irgendwo... Steht das irgendwo. Auf jeden Fall, ähm... In der Gruppe Juri12, unsere Mission ist es, eine Geisel zu befreien, weil ein russischer FOP, also wieder einer von uns, äh, von Taliban überfallen wurde. Und dieser auch für 10 ziemlich wichtig ist, den als Geisel derzeit, äh... Wir sind Sowjets. Es gibt keine Zivilisten. Es gibt nur Ziele. Ähm... Eweck, Medivack? Wie schaut's damit aus? Äh, gibt's keinen. Ach, scheiße. Du bist unser Medivack, Harry. Du musst den Wagen holen. Ich weiß es nie mehr, ob ich den Medivack... Harry, hol den Wagen. Ja, den kranken Wagen. Ne, doch, doch, doch. Wir haben einen Medivack. Ähm... Hier drüben. Bzw. zwei Lastwagen. Ah! Mehr wollten die uns nicht geben. Sogar mit roter Ziehscheibe drauf. SkaBel, wie ging nochmal Langstrecke? Äh, mit alt P, aber... Alt P. Ok, jetzt kann man den Fahrzeug empfangen. Hört ihr mich? Ja. Ihr hört mich auch, ne? Ihr hört mich für immer. Das ist die göttliche Stimme von oben. Ja, unser Sanitäter ist Gott. Er hört uns und wir hören ihn überall. Fast überfahren. Ah ne, überfahren. Fahren wir weiter dem Berg hoch, weiter Richtung über 230. Okay. Und wir Harry und Klappe folgen uns erst mal. Kommt ja gleich zu der Aufkriegsgruppe. Ah, ich kriege einen Kontakt. Das ist jetzt ein, kann schießen, wenn ich will. Ausstalten. Äh, ich sehe da nichts. Wo sind die dann? Doch, doch, die stehen da vor der Moschee am Tag. Äh, ich sehen, ähm, schieß, schieß! Ähm, und fahr weiter. Der Moschee steht auf der Moschee. Äh, bisschen in dem Gebäude links neben dem Berg. Nachdem der Straßensperre. Ist ein MG auf dem Balkon. Katja, fahr weiter den Hügel hoch. Schäppel und Glittle, äh, äh, Harry. Versuch's für den Panther zu bleiben. Ja, bleib dir das. Bleib dir stehen. Bleib dir stehen. Da sind wir doch. Ja, ich seh's. Da sind noch mehr von denen. Fahr weiter, Katja. Du hast ein RPG. RPG oben auf dem Dach. Riechst du auf dem Dach? Über dem MG? Über dem Sandseck? Ja, sehen. Lass uns mit dem Panzerfaust Danke Ja, bleiben wir hier erstmal stehen, richte dich Richtung 120 aus, kapja Harry, Scrabble, lebt ihr noch? Ich glaube, das war die falsche Version, naja So Äh Auf der Moschee sitzen noch jede Menge Gegner Aris, Scrabble, auf der Moschee sind noch jede Menge Gegner Nehmäßig kann ich dran zoomen, ich hab da einen mit dem Grafikpack drinnen gekommen, aber... Ja, ich auch, das ist... Wie ein Scheiß-Tür auf der Moschee Scheiße, warum... warum rede ich? Oder auch, was ist das? Jaaa Wir sind froh, dass sie zurückschießen Wir sind froh, dass sie zu euch vorrücken Jaaa 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 Wir sind froh, dass sie zu uns gehören Die schießen auf uns Harry, melde dich Gerne Ohja Harry Ah 600 Meter bis zu denen Er lebt Schießt ein bisschen kurz Schießt ein bisschen kurz, jetzt hast du ihn getroffen Rechts hinter dem, in dem Büsch, hinter dem Wald, äh, in der Wand brennt noch eine, oder? Jaaa Jaaa, da ist auch noch eine, ich hab nicht gesehen Was war das? Achso Ja, wir kommen immer näher Ähm, spart dir die Munition ein bisschen Jaaa Jaa, hinten sitzen alle auf einem Fleck, warte, warte, mach ich nicht Okay Das ist eine RPG, ihr habt sie schon erledigt Ja, hab ich grad Ja Auf der Straße sind noch welche Ja Wir haben einen RPG-Schütze dabei Das ist tot Hinterechte, wir müssen wieder schießen Wir müssen mit einer RPG jetzt drauf Bild auf und schon Bild ab, kannst du mal so die Entfernung einstellen Oh, da ist ein Busker dahinten Laufen die Konzepte rum? Naja, die schießen auch rum Ja, da ist noch ein RPG-Schütze rechts, von dem du gerade beschossen hast Rechts, ja da Die laufen gerade zur Frontlinie Ja, genau Das sollten wir eigentlich nicht machen Für die ist das, glaube ich, zu gefährlich Oder, die wollen nicht Äh, ich bin getroffen Sunny Doch, die sind in Wache, aber die sind weiter, äh, innerlands Sunny Ich bin getroffen Verstanden, schon unterwegs Offline Ach, ich bin mal wieder offline Ja, während ich spiele Äh, ist okay Passiert Äh, wie soll ich dir jetzt helfen? Moment, ich bandagiere mich jetzt noch selber, dann gehe ich raus Ich kann auch reingehen Ne, ich bin schon da Ich bin schon da Ich bin gerade reingegangen Ich gehe gerade raus Schräfte 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 Die laufen drei Stück Und zwei RPGs, genau Habeckseh, sie sind bei uns vor Katja, fahr ein Stück vor Ja, wir sind Und schießen Und wir werden beschossen Stopp Treffer Da ist rechts von ihm ist noch einer mit RPG, genau, der ist down, an der Mauer hinter der Straße läuft noch einer, genau Also wenn ich zuhause wäre, hätte ich die KI jetzt wirklich reagieren lassen Katja zurückfahren Au Schaffe, ich hab die Rakete gesehen Geht da raus Aussteigen, alle aussteigen Alle Und weg Katja, lebst du noch? Was ist jetzt passiert? Wir haben eine Panzerfaust abgekriegt Weg, weg, weg Jetzt Raus, raus, raus Das soll nicht stehen Der brennt Oder vielleicht ist es nur der Motor, aber der kann ihn im Moment zünden Der Motor ist getroffen Und die Kette Ja, unser Ingenieur kann das vielleicht noch reparieren Dahinten ist Kontakt Osten Nee, der brennt ab Scheiße Ich hab die Rakete noch gesehen Und ich so Oh fuck Hier grad auf Sargnitte, da ist einer mit RPG, der zieht auf uns Da ging's schon Nee, der Der brennt gar nicht ab Der Wir können den Motor noch reparieren Okay Falls Dass wir ein Reparaturfahrzeug hätten Hm, vielleicht hätten wir gleich mit einem Reparaturfahrzeug her schicken sollen Ich weiß Ich weiß Ob das jetzt nötig wird Das war schon ziemlich auf Ziel, Katja Das war schon ziemlich auf Ziel, Katja Das war schon ziemlich auf Ziel, Katja Ja Aufs Ziel Sehr gut Ja Dass der das erst zu spät berechnet Ja Aber ich seh ja die Kugeln einschlagen Die schlagen eigentlich immer um ihre Füße rein Die verfilzt immer so ein paar Zentimeter Ja, direkt in seinem Zeh eigentlich Ja, ich seh's Jetzt in den Telefonmast Andere Seite des Schützenpanzers Jetzt sind's 400 Meter hinten an der Deckung sitzt noch einer, der schießt auf uns Ja, mich hat gerade einer erwischt Ja, einsteigen für den Schützen Ja, ich bin auch getroffen Vergesst nicht, dass du auch einen MG hast Okay, wir haben wohl wieder einen Schützenpanzer Scrabble, wir brauchen hier erstmal wieder einen Sunny So, jetzt müsste ich nur noch irgendwie wieder aus meinem Visier rauskommen Weil meine Maustaste ist gerade in den Arsch gegangen Es läuft halt wieder alles schief Ich würde jetzt noch die andere Maus nehmen, bei der das Scrollrad kaputt ist Da geht aber die rechte Maustaste Musst du immer wechseln, je nachdem was du gerade brauchst Ja, spiel ich mit zwei Mäusen Das machen auch nur Profis So, jetzt bin ich raus Jetzt komm ich wahrscheinlich nur nicht wieder rein Mal gucken Wir haben geschossen Ja, ist an Ja, der Turm und so Äh, ne, ne, ne Kontakt auf 108 direkt an der Start- Schrappausfahrt So, und weiter Ja Richte dich auf 100 aus Und dann fress du runter Bis auf die Straße Ja Aber langsam, dass die anderen aus unserer Infanterie hinterher kommen Also runterfahren Ja Ja Ja, ich versteh dich schlecht Geht's über Funk-Messer? Wer Wer von euch hat sich jetzt auf den Panzer gesetzt? Warte, bleib kurz stehen Ich schieße in den Rp Ich bleib, kann mich verschießen Ich bin zu hoch Aber ja, im Ausdrehen ist einer, das wir sehen Ja Schau weiter Äh Harry Bloody Rechts in dem Haus hinter der Straßensperre ist gerade einer reingelaufen Vorraus nach der Straßensperre Nach der Kürze Direkt voraus an der Straße einer rechts einer links Scheiße Unten rechts vom Schild Was ist hier gerade los? Was ist hier gerade los? Ich sehe keine Gegner, was, 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 was? Rechts 120 an der Straßensperre Läuft jetzt noch Genau Geht's noch? Gut drauf Äh, 93 Zwischen den beiden Häusern sitzt noch einer Ich weiß nicht, ob du den siehst von hier aus Ähm, laut Ja, ich sehe ihn auch ganz schlecht Fahr ein Stück weiter fort, ja Ist Ähm, super Ich könnte mal eine Granate hinschießen Meinst du hier? Warte Hier? Moment Ich sehe es nicht Nein, 93 ist in der anderen Richtung Ah, ok Ziemlich genau Osten Auf der anderen Straßenseite Auf der anderen Straßenseite Gibt er den Baum Prositiv Oh fuck Oh fuck Was war das? Deckung Raus, raus, raus Raus Ich hab's nicht überstanden Jetzt ist er weg Ich hab's nicht überstanden Ich auch nicht Au Boah Du kannst ja einen neuen äh, Panzer holen Hehehe Ja Ich hab's nicht überstanden